So, willkommen, Freunde von, vom fröhlichen Sterben, von Frommsoftware Dachsholz 2, Latinlauf, Part 9, glaube ich. Ich habe mich jetzt schon wieder abzogen und habe meine Ringe ausgerüstet. Und dann entschlossen Durang Lake weiter. Das möchte ich machen, dann Part und Schreie von der Mana. Das soll das eigentlich vom, von der Zeit her, glaube ich drin sein. Ja. 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 Was heißt der denn? Was heißt der, dass die Träuner, oder? Oh, toi, ja. Das war's. So, ein guter Boden, ein Jägerschwarzboden, verachtet, glaube ich, Geschick 25 und hat ein S-Scaling aufgeschickt. Ich weiß nicht, ob ich mit dir reden muss. Ich glaube nicht. So, verteilen wir uns nur früh. So, der Boss ist auch nicht schwer. Eine, wir haben noch zwei Drachen, einen Drachenreiter, glaube ich. Eine, und der Mann auf dem Podest umstellt, mit dem Fallpunkt schießt. Wir haben ihn auch genommen und haben ihn draufgeschossen und dann springt er runter. Und dann auf der Schillen und dann herunter, wo praktisch am Anfang herrücken war. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das war's nicht ganz klar. Das ist ein Schatz. Nein. Nein, jetzt will ich wohl das sehen. Das soll jetzt eh verschwinden. Ja, wir müssen dann rufen. So, wenn ich mit dem Rindrinko denke, beim Bus kommt von mir. So, dann ziehen wir uns jetzt da raus, weil der muss nämlich da das Becken da drauf. Ja, der aktiviert den Aufzug. So, dann ziehen wir den Aufzug. Jetzt können wir so ein Pferd. Immer vor der Seite. Dann haben wir so etwas geblendet. Goers, goers Schutzring. Hammer des alten Rittes, den muss ich mal schauen. So, wir hatten jetzt so die Waffen. Wir haben da... Vor allem steht da nichts dafür, dass ich da Stärke brauche. Muss ich da anders schauen. Ähm, ähm, ähm. Da, 30 Stärke. Okay. 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 Da, 30 Stärke. Wenn man jetzt das wissen... Vorsicht, Mimik. Oh, man, he's up to see. So mal hin! Ich bin mir ums Wald weg zu kurz. Wie ist das Flakon? Ich bin mir damit nicht sicher. Ich mache mich jetzt die Atmosphäre. Ich werde mich nicht mehr auf dem Ort auf gaan. Ich bin so knapp. Ich merke schon wie ein bisschen redefaul, aber ich bin jetzt schaue in den Blutee. Ich habe jetzt den neunten, ich habe jetzt alle am Stück aufgezeichnet. Irgendwann ist es mal gut. Königskorridorschlüssel, den brauchen wir, sonst können wir nicht weiter. Das brauche ich nicht, das glaube ich ist wichtig. Ein starker Zauberschild. Ich habe jetzt einen Aufzug wie der Oberweil, vielleicht gehen ich nur mit auf die Welt. Das ist aber nichts Wichtiges für Platten, glaube ich. Kann ich eigentlich meinen Boden auch, aber den kann ich nicht verzaubern. Das geht nicht. Ja, man merkt das irgendwie, weil die anderen haben keinen Kipp. Ja, ich weiß nicht. 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 ...und, ja... ...und... ...lebensteine. ...ja... Weil wir nämlich jetzt den Ben-Haut aus Yugo beschwören müssen. Wir haben doch nicht. Wir haben. Spiegelritter. Schei. Schei. Ja, das ist scheiß Sekunden von mir. Schei. Ja. Ja, das ist schon vorbei. Jetzt nehmen wir die Teruro noch mit. Seelenblitz. Jetzt glaube ich kann nicht wieder Leuchtkäfer kaufen, aber... ... 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 Jetzt haben wir vorher runtergepickst So, ich muss jetzt aufpassen, jetzt nehme ich meine Fernsehsche Ja, da kommen auch Menschenbilder vorne Rotes Wasser, ich muss jetzt das wissen Stellt viele TP und Zauber-Einsätze, ok? Ich will noch nie hier nicht mehr Was ist da hinten mir auch noch? Doch! Was ist das? 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 So. Was ist das? 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 Als es hibern ja nicht. Ich will das ifall. Ich will das nicht sagen. Also saved.. Alsoeazu! Meine ahn zwar 맞t! Mit einem mit einem Fle tungsten. so das war schon mal wichtig man sieht es ja eh ganz leicht da rechts da geht es runter, da ist der Tod, der sichere so die fällt eh schon ein jetzt zähnt der mir einen an, nur als Demonstrationszweck einmal 24 dann sieht man super schön dann sieht man schon super, super schön wo man hingehen muss da ist nämlich nur Estus, das ist nicht so wichtig wichtig ist das da da Sonnenlichtschwert gibt es nur da der Kohl, wenn sich das anschaut der weiß genau, von was weiß ich nicht mehr sag ich nicht eh da egal die Boxe sind ja nicht mehr so da können wir sich Hilfe beschwören einsamer jäger schmidt die reichweiten von die pfeile in Dark Souls 2, das ist beeindruckend schau doch das an das könnt ihr nicht aufnehmen, das war's nicht jetzt wird kann ich nicht aufnehmen so und aufpassen da geht's nur da jetzt nicht, aber da kann man leicht leicht runterfallen da müssen irgendwo da hinsteht's kehrt weg so du gehst jetzt nochmal auf jeder da Oh! Das sind Köderschädel. 100% ich weiß. Warum das da Köderschädel liegen, das weiß ich auch nicht. Sonst ist da nichts. Das Item glaube ich kriegen wir von der anderen Seite. Ah, da ist noch eins, genau. Jetzt muss ich mal schauen, wofür göttlich gesehen, das ist überhaupt 7. 7 Stück. Das zerstört einen 100% im Flinsring. Okay. 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 Genau. So. Hier wieder. So. Oh. It's cool. Let's put one to the other. Ich hab was vergessen. Ich weiß schon was ich vergessen hab. Egal. Das gehört sowieso. Da Zielflugkristallseelenmasse. So. Jetzt mach ich aber den Invader noch. Und dann ist der auch weg. Seltsame Kinderlure. Rein halt! Das gibt's doch nicht oder? Oh. Oh. So! Oh. Oh! So! Zupft dich bitte! Sorry, dass ich was vergessen habe. Das ist jetzt ein wenig... Ja... Ein wenig... Was will ich sagen? Blöd. Weil wir nämlich jetzt das Gebiet da wieder wein klären müssen. Aber da liegt... Da liegt nämlich da... Feuerorgan. Ich habe jetzt erst vor kurzem da ein Video dazu gemacht. Und trotzdem los sind... Ich vergieße dich jetzt. Das muss ich dir mal geben. Was ist das? Was ist das? Ich habe jetzt ein Video mit nach oben. Ich habe die, dass ich ein Video bekomme. Wenn ich das machen... Und dann ist das noch einmal. Was war das? Ich habe mich nicht. Ich habe dich, dass ich nicht schlafen habe. Ich habe mich nicht. We didn't know did he? Dois? Kims? Das ist jetzt der Schwenk. Das ist jetzt der Schwenk. Ich komme wieder. 2 müssen wir da hinten drehen Die Fassel wegschießen So So Das Feuerort kann Ja Ich möchte nicht nur unbedingt da nur eine von Dann gehen wir jetzt da noch rein, ich weiß gar nicht mehr was da hinten ist. Und das ist auch noch ein Fettchen, ich kann mich da vorbeischleichen. Nein, kann ich nicht. Tschüssi. Rentiert sich das? Sängerinnenkleid und Lebensring plus 2, naja. Gut, der Lebensring plus 2, der macht schon einiges aus, ich kann das mal testen. Ah ja, das ist schon ein Stück geil. Den nimmt er nicht her. So, mit dem Boss. Ich weiß gar nicht, da ist auch irgendwas mit Sängerinnen. So, mit dem Boss. So, mit dem Boss. So, mit dem Boss. So, mit dem Boss. Ach... Hast Du das gesehen? Den Damage. Bei dem was, da bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Okay, jetzt kann ich den ganzen Scheißdreck nochmal machen. Jetzt kann ich den ganzen Scheißdreck nochmal machen. Jetzt probiere ich es aber, nein das probiere ich nicht, hau ab! Da liegen glaube ich 50.000, den möchte ich schon gerne, um das geht's. Anders darf ich probieren, dass ich durchrush. So. Jetzt kann ich es probieren. Alle mir aber noch früh. Okay. Oh no! Oh! Oh, oh, oh! Mann, meine Menschlichkeit ist ja wieder im Arsch, hey, ich sag das eh, hey, das gibt's ja nicht. Na ja, 15.000 ist das nichts. Schau dir das an, was das für ein Damage ist. Ja, ich seh gleich mit meiner Rüstung. Nein, die Mocker haben einmal von dir. Hier haben wir 51 Minuten. Ich hab Kreis gedrückt, gell? Ich hab Kreis gedrückt. Psyons helle Bade. Klopp. Wo ist das, ja? Ja. Wollte ich ja schon Ewigkeiten nimmer. Ja, das mach ich jetzt noch kurz. Weil das nächste Gebiet möchte sowieso ein neues Video anfangen. Da war ich schon ewig. Ja, das ist da jetzt. Trinkst du doch gar nicht. Ja, ich hab zu. Ja, ich hab zu. Da müssen... Na, da ist kein Item. Da kommt man nur ein, wenn man hollow ist. Also wenn einer da menschlich ist, der kommt da nicht rein. Aha. Axt, wo bist du? Was droppt denn alles? Blutungsstein. So, da kommen wir jetzt ein paar Pyrofuzzis. Vielleicht verrückt, ja. Schau dir das an! Schau dir das an! Du Arschloch, du... Schau hin! Schau hin! Wie gesagt, eben... Da muss man nicht rein. Da muss man echt rein. Aber war ich schon Ewigkeiten nimmer. Göttliche Süge. Und was willst du? Mehl und meine? Wir... Wir sind... Wir... Wir sind... Wir... Wir... Wir haben das... Wir sind... Wir... Wir... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Baby So zipfel du her So zipfel du her Wie du das Snapchat hast? So zipfel du her So zipfel du her So zipfel du her Genau. Feuerstein Nein. Ich hab's nicht gesehen, dass ich ihn nicht gesehen habe. Das ist nicht das. Du, zipfel du! Was ist so aus, hey? Irgendwo? Warte mal, ich glaube. Hier? Ja. Das Wasser wird eh da. 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 Du kannst mich mal. So, jetzt kreile ich mir nur das Bonfire. Und ihr wisst jetzt, was da geschlagen hat. Schaut es auf die Uhr. Schaut es auf die Uhr. Ich glaube, das ist scheisswurscht, was man da beantwortet. Das braucht man sowieso nicht für die Platte. Halt ja. So, ich mache jetzt schon ein Cut. Ich gehe dann. Ach, das gehen wir nur miteinander. Das dauert auch nicht lang. Jetzt dauert die Texte nur Minuten. Mein Zeit noch richten. Das dauert auch nicht. Das dauert auch nicht. Dann war es ja nur ein Cut. Weißt du, wie das Wasser wird jetzt. Maximal haben wir, okay, was tue ich jetzt, ich muss jetzt mal Geschick aufbringen, auf mindestens 20G, für die Roteisen-Zwillingsklinge, weil Stärke brauch ich nicht unbedingt, 26 so, ist aber wichtig ist jetzt der Cut, 1 Stunde und 2 Minuten schon wieder, also meine Tschüss Sikowski